Ich muss sagen, ich würde die lieben Kolleginnen wahnsinnig gerne kennenlernen. Laden wir es doch ein. Also ich freue mich. So fesche Mädchen, wirklich. Ja, aber schon ein bisschen älter. Wie geht's? Ich habe mir gerade einen Witz ein. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kennt ihr den Witz von dem Eisbären? Ganz ein lieber Witz. Ihr beide kennt ihn schon. Da erzähle ich Ihnen einmal. Das ist eine ganz liebe Geschichte. Da kommt ein kleiner Eisbär. Der kommt zur Mutter und sagt, Mami, 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 schau, der Vati, ist der eigentlich auch ein Eisbär? Und die Mutter sagt, ja, natürlich ist das ein Eisbär. Und die Ome und der Obi, sind das auch Eisbären? Ja, natürlich, das sind auch Eisbären. Und die Uromas und die Ururopas und Urgroßomers, sind das alle Eisbären? Ich sagt, die Mutter, ja, natürlich sind alle Eisbären. Bin ich denn auch ein Eisbär? Und da sagt die Mutter, ja, du bist auch ein Eisbär. Du bist ja, du bist ja. Hier, eine Bastel gerade so zum Thema. Sie haben keine Freundin, nein? Noch nicht. Sind die Haare echt? Die sind echt? Ja, möchtest du es mal? Gerne. Ja, so, ja, so, ja. Aber Sie haben auch schöne Haare, so schöne Krone, rote Kronen. Ja, das ist die Original Schwalmtracht, die man drunter dreht, die will weg. Ich glaube, Sie brauchen ein Taschentuch. Also Sie haben schon Fernseherfahrung? Nein, wirklich nicht. Sag ich ganz ehrlich, ich habe noch keine Fernseherfahrung. Es ist der erste Auftritt, aber die beiden Bildleger, die haben so ein bisschen, haben Sie mich schon eingesteht. Aber ich glaube schon, dass es eine Karriere wird. Weil meine Stimme ist sehr gut, das weiß ich. Das wusste ich auch vorher schon. Und ja, ich will nicht sagen, dass man da die Leute an die Wand singt, aber es ist schon sehr, sehr außergewöhnliche Stimme, die ich habe. Sehr ungewöhnliche, erfolgreiche, schöne Stimme. Was können Sie? Da sind wir vielleicht was zu vieren. Bitte, vielleicht sehen wir was. Da sind wir gleich was zu vieren. Waldes Lust. Waldes Abschnitt. Walter hast du Lust. Oder ganz versagt, Musi denn zum Städte hinaus. Sehr schön, ich glaube, dann zieh ich mir das mal. Musi denn, Musi denn zum Städte hinaus, Städte hinaus und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder, wieder komm, wieder, wieder komm, kehre ich ein, mein Schatz, bei dir.